Hallo, hier spricht Woggieflasch. Dieses Video ist für den Sohn von Paul, der Deutsch lernt. Weihnachtsmarkt Willkommen zum Weihnachtsmarkt Ein Weihnachtsbaum Vögel Ein Nussknacker Oh, so viele gute Sachen zu essen. Würstchen Würstchen im Brötchen Mit Ketchup und mit Senf Schaschlik Das ist ein typischer deutscher Weihnachtsmarkt. Alles ist aus Holz Da ist ein Schwein Die Kinder haben Spaß Santa auf dem Dach Oben auf dem Kaufhaus Ist ein großer Weihnachtsmann Da kommt der Postbote Mit einem gelben Mobil Pinguine Ein Schneemann Ein Eisbär Noch ein Weihnachtsmann Und noch ein Weihnachtsmann Zwei kleine Weihnachtsmänner Ein Engel Ein Renntier Ein Renntier Der Schlitten Des Weihnachtsmannes Da ist Santa Und er bringt Die Geschenke Oh, eine kleine Eisenbahn Das macht den Kindern Spaß Schön im Kreis Schön im Kreis herumfahren Und da ist ja auch schon wieder Santa Ein Karussell Auch das macht den Kindern Spaß Mami macht ein Foto Ein alter Ritter In seiner Rüstung Mit einem Schwert Und noch ein Ritter Eine kleine Burg Die alte Kirche Die Kinder gehen spazieren Noch ein Weihnachtsbaum Und ein Denkmal für Prinz Joachim II. von 1539 Die alte Stadt Die Nikolai-Kirche Aus dem Jahre 1370 Echte Schafe auf der Wiese Oh, die Weihnachtskrippe Mit Maria Jesus Josef Und den Heiligen Drei Königen Fröhliche Weihnachten Aus Berlin Wünscht Foggy Flash Bis zum nächsten Mal Like, share Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wie Ich super Achtung